Ich dachte, es wäre wie dich gesehen. Wirklich mutig, so spät Kinder zu kriegen. Danke. Aber Sie haben es ja gut erwischt für Ihr Alter. Karl, kümmern Sie um das Kind? Und Sie haben gelegentlich Zeit, sich nach was anderem umzuschauen. Sehr praktisch. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Hast du das ja schon gesagt, Karli? Was? Ich kann Sie jetzt nicht fragen. Ich habe keine Zeit. Tut mir leid. Ich habe sie aber bestellt. Gut, okay. Die fährt mein Nacht. Gut, okay. Doe es Chaka. Of de EO. Nee, ich mache nichts gegen Chaka. Doe es Chaka? Nee. Ich mache nichts gegen Chaka. Das bepaal ich selbst natürlich. Chaka! 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 Hey, Wiel. Leid. 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 Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mitkommen möchte. Hm. Du hättest mich doch sofort verraten. Geist ein. Du hast die Irse nicht gefragt, ob sie mit Kölner. Vielen Dank.